Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht ein bisschen komisch für euch, mal wieder meine Stimme zu hören, aber da in zwei Tagen, beziehungsweise jetzt nur noch einen Tag, ja die World War II Beta kommt und ich dachte, ich spiele mal wieder eine Runde, dachte ich mir, lade ich einfach mal wieder ein Video hoch, kurz vorher. Ich hatte nämlich gerade eben dieses Live-Gameplay hier gefunden, was ihr gerade im Hintergrund seht. Ist eine relativ schnelle Nuklear. Ja, dachte ich mir so als kleinen Vorgeschmack halt auf den Beta-Hypes ein bisschen auf dem PC einfach mal ein Gameplay hochladen. Ist auch schon uralt, ist aus dem Februar, sehe ich gerade, 21. Februar. Also ja, schon eine Weile her. Da ist noch ein anderer Typ im Gameplay zu hören. Ich werde ihn mal nicht rausschneiden, obwohl ich eigentlich mit dieser Person nichts mehr zu tun habe und ja, weiß ich nicht. Finde ich ja nicht so geil, dass er ein Video ist, aber keine Ahnung. Ich finde es auch ein bisschen behindert, den Sound komplett rauszuschneiden, weil dann es ist halt kein wirkliches Live-Gameplay mehr und wenn ich einfach nur seine Stimme rausschneide, dann klinge ich wie so ein schizophrener Spaß, der die ganze Zeit mit sich selbst redet, von daher lasse ich ihn einfach mal drinnen. Ja, ist zwei Minuten irgendwas nuklear oder so, halt live mit Kuda auf Combine. Heißt die Combine-i-Map? Ich glaube ja. Halt zu zweit gespielt, fand ich relativ cool, vor allem weil es halt relativ geil anfängt, das, äh, die Streak, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, jetzt, ja, das wollte ich nur kurz sagen. Ich denke mal, in den nächsten Tagen kommen World War II-Videos. Wenn keine Videos kommen, kommen auf jeden Fall Streams. Äh, ich packe einfach mal meinen Stream-Link in die Beschreibung, könnt da reingucken, wenn ihr Bock habt. Ja, da wollte ich sagen, hören, sprechen, was auch immer, sehen wir uns in den nächsten Tagen und haut rein. Sorry, aber ich musste gerade absolut alles steilen. Ich bin auf Brutal. Ich bin tot. Noch nicht. Ach, das gibt's nicht. Ist das eine schnelle Lücke da? Ich glaube schon, ja. Wenn ich die erreiche, ich bin ja noch nicht bei der Nuklear. Ich bin ein Fahrer, Alter. Ey, lol. Ich habe sie immer noch nicht. Oh, ich habe sie. Ich bin tot. Easy, Nuklear.